hat das schon wieder er spielt sehr schnell nicht gut aber sehr schnell die vier ist angegriffen ja komm halten wir den punkt erst mal jetzt muss man glaube ich immer nehmen den spielen ja das ist alles klar da hängt nichts irgendwann springer f5 springer h4 springer f5 oder so damit e2 ist glaube ich ein richtiger zug hier warum macht er den weiß ich nicht muss man den den machen ganz klar wollte auch die vier denken er geht zurück warum auch immer so ein da attacke einmal nehmen ist okay das können wir stehen lassen wir greifen an kommt begreifen an weiß die maus kein faden ab so überrascht na der läufer spielt da nicht so ganz mit mehr muss ich sagen das muss ich zugeben aber auf der f linie habe ich gleich spiel aber nicht so doll die figur muss man doch zugeben schüt Dame e5 droht sehr stark. Kann er gar nicht vernünftig decken, ne? Dame c7, e5, d6, ne? Ja, d6, Dame c5 wieder. Ja, ich wusste, dass er den macht. Ich wusste es. Ja, ist gewonnen, ne? Matt. Ich wusste, dass er Turm A1 macht. Ich wusste es. Ich wusste, dass er Turm A1 macht. So eine Falle. Tatsächlich stehe ich sogar besser hier. Warum stehe ich hier besser? Weil ich aktiv, der Läufer ist tot, ne? Sag ich eine lustige Partie, eine lustige Stellung. Schili 666, Schachhübchen, danke euch. Talisa. Schi 666. Hast ihn gelesen wie ein Buch. Was mich interessiert ist, warum stehe ich hier besser? Ich kann eigentlich gar nichts machen. Und wenn er nichts macht, sagen wir mal, er macht, dass ich irgendwas... Dann hatte ich den geplant mit der Idee, Turm g6, er hat aber Läufer g4 hier. Ah, jetzt kommt Turm c6. Ah, oh, das heißt, Turm f3 war richtig gut hier. G4 sogar. Und Turm c6. Den Bauern hier gewinnen und dann kommt der Läufer raus. Aber Turm f3 war natürlich eine gute Pointe hier und dann zack. Ich wusste, dass er den Turm wegzieht. Ich wusste es. Die Idee ist Turm g3, Turm g6, ne? Hier einfach Opfern und matt setzen. Und wenn Läufer g4 kommt, dann hat... So weit hatte ich aber nicht gerechnet mit Turm c6. Okay, das war ein schöner Abschluss für heute. Das hat mir gefallen. Das hat mir gefallen. War ein schöner Abschluss. Alright.